Herzlich Willkommen beim Customer-User-Forum von Chip.de. Wir sind 23 Mal so gut wie ihr und wir sind nur zu viert. Ach, da wird geschossen übrigens. Wo wird geschossen? Da kommt hier so ein Delfin und schießt. Ein Delfin? Guck mal, jetzt kann man ihn nochmal töten. Zack, ein Lumpen. Oh Gott, da sind Dornen. Kann mich jemand hauen? Das ist eine Sache, die ich normalerweise nicht sage. Dinge, die man sonst niemals hört. Das stimmt, Armin. Huch, das ist ein Steinmonster, das gerne saugt. Noch eins. Es sind zwei sogar. Dornen. Oh, noch einer. Steinschweiger. Ja, es sind viele Figuren hier. Es sind alle Steinschweiger. Schweiger behaupten nicht. Sie haben mega Lärm. Fehler richtig, falls du das siehst. Nein! Der Fisch hat eine Gabel. Er ist immer noch so ein Herz an. Oh Gott, was? TNT, stopp! Klug agieren! Und was war jetzt die dumme Idee dazu? Und dann halt oben lang und unten lang. Jetzt schnell das Ding holen, bevor der Stein fällt. Oh, da kann aber auch da oben noch irgendwas machen. Oh, das heißt Dornen. Achtung! Waaaaaah! Juhu! Cool. Keine Überwicht. Keine. Nee, irgendwie nicht. Achtung, in den Strömungen. Strömungskanal. Oh. Gut, 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 das Ding noch geholt. Oh, kacke. Badadam! Oh! Der Schmerzen schreit im Auge. Ja, im Auge kriegst du voll auf den Kopf. Oh! Kacke! Oh, nee! Oh, nee! Leeroy! 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 Gut, Lilly! Oh Gott! Ausweichen wollen und rein schwimmen. Ich muss noch weichen wollen. Oh Gott, da braucht's viel. Wer lebt noch? Wir sind fast alle tot. Wieder immer noch alleine am Leben. Danke. Hier hinten wackelt schon wieder der Stein-Mops. Aua! Geht nix. Wir können uns doch auch klein machen. Die sind wieder gestorben. Eine Ahnung. Klein machen? Nein! Man kann sich nur klein machen an dafür vorgesehenen Kleinbahnstation. Er saugt. Nein, die flimmten. Hab uns mal weggebracht aus diesem Bereich. Echt? Oh Gott. Was? Oh, Galle! Oh, hier Achtung. Ich hab was gefunden. Ich hab was gefunden. Zurück. Zurück. Erstmal müssen wir die Gant am Gant sammeln. Oh Mann. So. Oh, hübsch. Oh. Oh. Gut gesehen. Was? Was? Nein! Oh, boah! Was ist das? Monsterfallus. Wo bin ich oben? Was? Gehörte das so? Das war zu schnell. Das war nicht so gewollt. Nochmal. Wir müssen einfach nach unten stropseln. Sofort gleich rein? Ich mach das mal mit so einem... Oh nein. Das war nicht gut. Hä? Das war schon wieder nicht das Richtige. Vielleicht können wir uns auch einfach sacken lassen mit der Feder reinflattern. Reinflattern. Aber wir müssen jetzt zumindest da unten dann zerstampfen auch. Oh Gott. Das sah besser aus. Ich weiß nicht was passiert ist und was sah gut aus. Ich hab's nicht gesehen. Einfach so schnell. Ich hab's geschafft. Sehr gut. Das ist die Hauptsache. Wo bin ich hin? Das war mir aber auch eher wie man es früher nicht schaffen konnte. Es war doch nur noch unten trotzeln. Ich hab den überrascht. Mit seinem Tor. Hele hallo. Das ist wieder Harry Potter. Was? Stimmt. Ich erinnere mich sogar dran. Ich weiß sogar vor allem an sich selbst. Das war wieder wieder. Harry Potter. Ja. Und sie... Ja. Feuerkel. Feuerkel. Genau. Das war auf jeden Band. Würde den... Jetzt sucht mich... Töten. Seemenschen. Der Seemensch. Genau. Ja und Schnatz. Oh jetzt war meine Rettungsaktion. Mein eigenes Leben gekostet. Dankeschön. Schön. Oh. Was bist du denn für ein Wahnsinniger... Der Wahnsinnige von... Irrsons Stein. Was? Oh nein! Das war lebendig da oben. Was war das... Das da? Ja. Was war das da? Was war das da? Nein. Es sah gut aus. Gut. Ist ja nicht ein Widerspruch. Nicht da oben schon den Kelch zerstören! Harry Potter und der Kelch des zerstörten... Weiß weiß eben. Der zerstörte Kelch. Sehr gut. Ja, kräftig versagt. So, das Klobos ist der schlechteste. Sicher bist du besser, ne? Yes. Also ganz bisschen. Ich war besser als Klobos, das reicht. Ja, nein! Syklus volle Freude. Ich bin schon. Ich bin schon. Ich habe es zu. Ich bin schon. Ich bin schon. Ich bin schon. Check it out. New Charakter unlocked in the Smouring Tree. Uh! Außerdem können wir zu dieser Babusigen Bad Babel... Oh, das ist aber ne schöne Alteration gewesen. Oh, das ist aber ne schöne Alteration gewesen. Also, die Frau, die in die nächste Welt wachsen. Ja, das ist ja die Haare, die in die nächste Welt wachsen. Genau. Weil wir die so gut befreit haben von allen Bösen. Die Haare! Wir gehen jetzt mit diesen fiesen Tentakel weg. Und an jener Stelle... ...träten... ...fröhliche Haare. Natürlich. Na klar. Und... ...die haben wir die immer lebenden Bösen... Geh weg, du blöder Tentakel! Nein! Niemand weiß das gar nicht. Oh Gott, was bist du denn? Gabi, kommt mal her, ihr Blasen. Was machen wir jetzt mit dem? Da durchlaufen. Wo? Ich weiß, wie es gemacht wird. Von oben geklopft. Ich hab ganze 8 Punkte. Nimm mal ein Video, wo Sully stirbt. Du hast glaube ich da drunter geschrieben oder irgendeiner von euch oder irgendjemand hat drunter geschrieben Oh nein, Sully, warum muss der sterben oder so? Und dann kam der Kommentar da drunter von uns, er hat einfach zu viel geklopft. Wir haben das ganze Füllhorn gefüllt. Ja! Was, ernsthaft? Ja. Es sind sogar ein fünfter Paar. Oh. Wir haben sogar eine Party-Medaille bekommen. Man sei ja. Man sei ja. Die kriegt sonst nur grüne Malme, so internationalen Fane. Ja. Insider. Ja. Dann haben wir aus dem Wasser endlich. Fire when wetty. 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 Oh, jetzt ist das wieder so eine Fliege. Ja. Für die Mücke. Die Mücke mit der Todeskanone. Die Mücke. Aber Globox ist ja eine eigene Mücke. Was ist sie mit einer eigenen Mücke? Guck, was ist sie mit einer eigenen Mücke? Guck, was ist sie mit einer eigenen Mücke? Guck, was auch. Todeskanone. Was? Man kann inhängeln auf dem Schlagknopf. Guck, bei Alten schießt die Mücke nur Globox ist die Mücke. Hä? Das verstirbt ihn ja. Guck, Globox schießt selber. Die Mücke hält ihn. Er ist ja cool. Man kann auch einsaugen, falls man da Lust drauf hat. Ja, falls man Lust drauf hat. Hier. Spinnenmann. Krabbelmann. Krabbelmann. Alles gleich. Alles nach Beine. Hier, Platz gleich. Oh, Hans. Ich bin auch schon geplatzt. Oh, Gott. Was? Hier, man kann über Bande schießen. Das macht richtig viel Spaß. Hier roll Bande. Was? Was? Leeroy Sune, Mann. Nein, Leeroy Sune, Mann. Was? Nein, Leeroy Sune, Mann. Den kenn ich nicht. Was? Ich kenn nur Leeroy Sune. Aber du kennst Leeroy Sune nicht. Nein, den kenn ich nicht. Ich kenn nur Leeroy Jenkins. Das ist erstaunlich. Baldes. Hier ist nochmal Krabbelmann. Ja, Krabbelmann. Wie nicht dran? Ach, Mensch. Der da ist. Jetzt musst du mal einer von hinten ran. Ich muss sie aufsaugen. Oh, ne. Verdammt. Wenig Übersicht. Ja. Hallo. Hier ist noch einer? Ah, natürlich. Hallo. Das Rettungskaninchen. Ich hab vier Lumps gesammelt. Ah, das ist fantastisch. Ich hab ja richtig viel geballert. Keine Punkte für. Voll kirre. Man kann auch gedrückt halten. Gedrückt halten, ja. Achso. Das ist doch gut zu wissen. Das ist dieser Sound die ganze Zeit. Das ist wirklich gut zu wissen. So ist der Klicksand weg. Ich bin trotzdem kirre. Boah, hier kommt kein Nazi. Was sagt der? Was? Kein Nazi. Aber den hatten wir doch auch schon mal. Boah, Nazi. Oh Gott. Boah, Nazi. Der war doch schon mal da, der Fisch. Ja. Das ist doch kein Fisch. Das ist Wurm. Das ist Wurm. Das ist Wurm. Versuch nur Biber nachzumachen mit seiner problematischen Tierung. Das ist wieder voll. Versuchst du Biber nachzumachen. Da ist er wieder. Wie hast du ihn noch genannt? Fisch. Es bleibt zwei davon. Furm. Krass. Weiß ich nicht. Der Problematische. Ich hab gedacht, dass man auf seinen Biberplatz liegen können. Ja, das war früher so. Aber inzwischen ist er gepanzert. Ja, Lern. Ein Lernwurm. Oh Gott. Mit einer Lernkurve. Na, bist du weggegangen. Boah, Boah, Boah. 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 Permanent. Ich auch. Wir alle. Wir halten mich gedrückt. Sogar Lilly. Jetzt schon. Jetzt weiß ich auch, dass man das machen kann. Oh Gott, was war das denn? Dank des Dauerbeschusses ist immer, wenn man tot ist, sofort wieder lebendig. Können uns gar nichts anhaben. Das ist ja praktisch. Wie immun. Das ist ja Gott schief. Das ist wirklich Insta-Respawning. Da stürzt sie gleich zwei Mal. Können wir mal bitte die Würmer hier wegmachen? Ja, das ist Snake. Das ist total Snake. Das ist Snake auf höchstem Niveau. Total Snake. Das ist die Weltweltmeisterschaft 2008. Oh Gott, was? 2008 war ja auch immer. Das ist ja geklaut. Das war alles. Hoch auf den Mountain. Ja, jetzt kommt man immer in die neue Welt hinüber. Das war immer noch das H-Level? Nein. Der Transit zum Mückenlevel immer. Erst das H-Level, dann das Mückenlevel, dann die neue Welt. Ja. Ja, Feuer. Ja, aber keine Goldmedaille. Keine Partymedaille. Partymedaille. Schade. Back to the Glade of Dreams. Klatscht. Ja, Sea of Serendipity is back. Check it out. New Character Anlauf. Und jetzt? Wir sind im Kreis gelaufen. Wie kann das denn sein? Mystica Pika. Was ist da wohl los? Ich verstehe schon über die Oberwelt-Karte nicht. Das ist doch die schwerste Oberwelt-Karte. Seit Siegel of Mars. Genau. Wie lange geht denn das Video? Noch. 13 Minuten, ja. Wo bin ich denn? Wo bin ich da? Ist das nice, Lelich? Oh nein, wirklich? Heißt Musing, Eislevel? Ist das wie ein Cloud Moise? Das ist nicht cool. Das ist glaube ich ein Eislevel. Nein. Guck dir das an, wie wenig Eis hier ist. Es gibt kein Ort auf der Welt in dem weniger Eis. Kommt doch hier nach links. Jungellevel. Das wird noch eisig. Hör doch mal auf Porn. Hör doch mal auf Porn. Was? Was? Ich bin mal einfach schnell. Ich bin aus irgendeinem Grund nicht in meinem Leben. Was? Hier sind noch zwei. Die müssen wir weg. Wie kommen wir denn da hin? Hier über diese Plattform, ey. Ganz miese Plattform, ey. Hier wirst du mitkommen. Sonst sterbe ich immer wieder. Lilly? Ja, ich arbeite hart daran. Woran denn? Nein, tust du nicht? Weiß ich auch nicht so genau. Du hast versucht, den unzerstörbaren Kielfi zu zerstören, denn das unzerstörbar war, weil die beiden unzerstörbar keins erhaltenden Wächter waren. Die mussten erst aus dem Weg rum. So, jetzt kommt der Schnee. Warte, gib dem Schnee. Was? Dann kommt der ja. Die können Schnee keine Chance. Nee. Die kommen überhaupt nicht hinterher. Ist das überhaupt nicht? Ist das jetzt eine Welt oder nicht? Ich sollte einfach in der Blase bleiben. Das wäre das sicherste für alle. Was ist denn jetzt passiert? Wir waren Tentakel. Müssen wir jetzt den nach links eingehen oder haben wir den jetzt? Ich weiß nicht, ne? Man kann es nicht sehen. Wahrscheinlich müssen wir nach links. Oh, hübsch. Da können wir nach links gehen. Ähm. Aber wir haben ja schon da Loose. Ah, das heißt, wir haben es schon. Ist das eine Renntaste oder so? Ja. Ja. Nicht wirklich so langsam. Was mache ich denn da? Du ne, ich weiß nicht. Das wäre dann welche? Hier. Achso. Die hier. Ach, viel besser. Viel besser. Warum sagt mir das keiner? Haben wir doch gerade. Haben wir ganz am Anfang gemacht. Ja. Oh ne, immer stimmt. Oh, das trinkt mir gerade auch nichts. Ich häng trotzdem fett. Ich koche dem Soda so nicht hinter mir. Das kann ich nicht. Doch, warte, ich mach das. Schau mal. Schau mal, wie wir das machen. Ne, hab ich nicht gesehen. Wie haben wir das gemacht. Wie ich das gemacht hab. Weiß ich auch nicht. Wir hängen aneinander. Wie Bud Spencer und Terrence Hill. Der Arme. Da ist jemand mehr zum Hängen. Ja, stimmt. Da ist Schnee. Oh Gott. Es geht gut los. Schnee. Da ist die Frau, die müssen jagen. Oh Gott. Schnell. Das ist tatsächlich Schnee. Das ist tatsächlich Schnee. Oh Gott. Es ist doch nicht das Level mit dem wenigsten Schnee auf der Welt von allen Levels, die es gibt. Aber es ist recht nah dran. Ja. Geht's auf. Nicht aufgeben. Oh nein. Ich bin zu kurz gesprochen. Ich weiß nicht so gut. Oh Mann. Komm, komm hinterher. Anstrengend. Ich seh mich nicht mehr weg. Boah, ich seh gar nicht. Ich mein, geht da. Von oben kommt die Kacke hoch. Was ist das jetzt? Was ist das jetzt? Was ist das jetzt? Hier muss man flattern. Der Wind vom Himmel ist muss man ständig flattern. Ich wäre schon froh, wenn ich leben würde. Ja, leben wäre ein cooler Leben. Leben wäre ein guter Anfang. Und wieder Druck. Und wieder Druck, ja. Ich mach's mal nach. Ich werde jetzt nachmachen. Nur die guten Sachen. Oh, das ist gut, wenn du stirbst. Das hat sich verändert. Boah. Zu viele Tote. Was macht die? Komm mal da hoch. Äh. Äh. Geht das? So. Waren, bis sie nicht aus dem Versteck kommt. Die Eiskönigin. Geht aber ganz schön viel an. Wer hat noch einen Wald? Wir können das an den Wänden laufen. Ja. Auf jeden Fall ein gutes Video-Länge. Das ist Sonic. Ja. Das müssen wir jetzt auch benutzen. So. So. Oh nein. Und hier jetzt. Wuuu. Jaaa. Oh Gott. Halte das doch. Ach so. Ach so. Guck mal her. Gib mal weg. Was ist das? Was ist das? Gott. Was sind fröhliche Freunde von uns? Ja. Nicht mehr. Nicht mehr lange. Und da stürmt einer vor und tötet alle anderen. Ja. Und du darfst raten wer es ist. Ja. 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 Die Auflösung erfahrt in der nächsten Folge. Klettern muss uns. Wir können. Es ist eine Cutscene. Es ist Story. Schön. Den haben wir gerade auf die Nase geklopft. 3, 2, 1. 1, 2, 1. Go. Tatsächlich go. Ja, wir müssen was tun. Was passiert da gerade? Geh mal weg, damit ihr was seht. Ah. Runterdrücken. Intakt bitte. Das sieht nicht so gut aus. Naja. Da kümmer ich mich nicht mehr. Oh. Ich hab's versucht. Bitte nicht. Ja. Das war sehr verzweifelt auch. Oh, stopp. Stopp. Ja, die Start. Haltes Spielfest. Warum? Hier unten sind noch Lums. Ja. Oh, stopp. Oh, stopp. Ah, das ist die Schwierigkeit hier. Boah, ich bin tot. Ups, ich bin auch tot. Du musst hier immer nur umdenken bei der Links-Rechs-Geschichte. Wer ist das denn? Da war gerade ein weiblicher Glowbox. Ja. Ja, deine Freundin. So aus. Die sind unerreicht. Ich mein, warum sollte auch nicht ein weiblicher Glowbox existieren? Müssen sie auch noch nicht vorpflanzen? Pulver. Pulver. Pulverhaven. So. Hier, hörst du? Das ist die Rache dafür. Sie hört immer noch alle auf. Wo bin ich? Wer bin ich? Oh, ich verstehe. Ich seh mich nicht. Sehenden Auge ist in den Tod gerannt. Ach, da oben. Siehst du? Der Tod. Wir sind guter. Wir sind die beleugneten Brüder. Das ist immer noch wahr. Wir sind immer wieder bewiesen. Ich weiß gar nicht, wie ich bin. Oben hochkommt. Na klar, mit dem Bartmann. Mit dem Bartmann? Hey, ihr Kleinlinge. Echt? Das war auf dem falschen Trichter. Sind wir alle froh? Ihr müsst mal eure Umgebung und Mitmenschen beachten. Nee, 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 nee. Oh. Hä? Warum? Umgebung und Mitmenschen. Hier, guckt gleich links nach oben wollen wir natürlich. Nicht einfach immer nur rein. Da guckt, was Robox macht. Robox macht's euch vor. Der Angeber. Dann entdeckt ihr auch die Geheimnisse dieser Welt. Warum? Oh Gott, das ist ein bisschen böse. Das böse ist böse ist böse. Ich will da nicht hin. Das hat mich getötet. Das hat mich schon wieder getötet. Geil. Und uns gibt Pech auch. Ich hab das geritten. Gott sei Dank. Uns ist die Videolänge schon nicht mehr ganz so optimal. Dann können wir doch hier einen Cut machen, oder? Oh. Mittendrin? Mittendrin. Stattour ja bei. Nee, das geht nicht. Okay. Und hier noch. Diesen Typen wecken, da oben. Oh kacke, ich bin tot. Lilly geht noch in Globo. Ich glaub nicht, dass ich nach dem Leben war. Du warst bis eben noch da oben bei den kleinen Spanken, die wir gerade noch befreit haben. Oh nein! Was ist das Problem? Ich bin in den Radgrund geschluckt. Ich bin in den Radgrund geschlagen. Nein? Achso. Sag mal, was war das denn gerade für ein Move? Von wem? Was? Von Globo, der hat mich in den Tod gefrügelt, nachdem er mich wieder blieb. Das war, weil ich Lilly retten wollte. Ja, stimmt. Das kann ich aber nur einretten. Das war Notwehr. Ich habe hier noch so eine Münze, wenn ihr mich nicht töten würdet. Doch. Oh nein, bin ich schon da rein? Ja. Das freute ich nicht. Ich wollte die nur umbringen. Und da oben hängt noch. Habt ihr alle gesehen? Ja. Lilly hat einen Lungen gesammelt. Echt? Ich bin ganz so stolz auf mich. Was ich überhaupt eingesammelt habe, ich weiß nicht mal, wann das passiert ist. Auf jeden Fall ein wichtiger Lungen gewesen. Ja. Den war bestimmt am schwersten zu erreichen. Warum rüberspringen? Mein Link zum Rechts hat sich vertraut. Ja, nein. Versteht den Sinn nicht. Sinn. Egal. Sinn hat das nicht. Guck mal, das ist doch jetzt eine gute Videolänge. Ja. Das war super, aber sie ist schlecht. Das ist so gut. Ich bin richtig stolz auf dich. Richtig stolz. Aber Alter, ich war auch nicht gerade gut. Das war ein ganz wichtiger Punkt. Das war ein ganz wichtiger Punkt. Ja, war ein ganz wichtiger Punkt. Mach doch nichts draus. Wir sind Profis. Wir sind Viertens. Ihr müsst euch nicht mit uns vergleichen. Das ist vielleicht nicht vergleichlich. Ich bin seit fast 40 Stunden wach. Guck mal Lilly, ohne dich hätten wir fast nicht die 300 geschafft. Ja. Ich hätte mir 303 Hände gehabt. Du hast zu wenig eindeutig. Wir verabschieden uns und wünschen euch. BAM! 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 Ja.